So, jetzt kommt hier die krasse Kopfstelle. Sehr geehrter Herr Nostarab, gute Frau. Ich finde es wirklich unangebracht, dass da keine Videos mehr kommen. Ich kann ja verstehen, dass sie auf diversen Netzwerken sozial unterwegs sind. Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram. Überall sind sie aktiv. Nur auf ihrem YouTube-Kanal, da passiert leider gar nichts. Und das kannst du nicht verstehen. Ich zahle jeden Monat meine 3,33 Euro. Und dafür würde ich auch gerne etwas geboten bekommen. Also ich spreche hier von Nostarab-Furz. Ich sehe kein einziges Nostarab-Furz-Video mehr. Und es kommen mir wirklich die Tränen. Da muss ich halt wirklich auch mal sagen, wenn da jetzt nicht mal bald was kommt, D-Abo. D-Abo. Ja, es tut mir so leid. Ich hatte gerade nicht so Zeit. Und immer wenn der Mond scheint, dann bin ich total am Boden. Und ja, es tut mir so leid. Ich hatte gerade nicht so Zeit. Und immer wenn der Mond scheint, dann denke ich an deine Hode. Und immer wenn der Mond scheint, dann bin ich total am Boden. Vielen Dank.